Willkommen zurück zum Checkpoint von Remember me. Wir bekämpfen immer noch diese doofe Madam. Und die ist echt nicht so schön wie man so sagt. Dein Widerstand begeistert mich. Komm zu mir, Nelem. Finde mich, wenn du kannst. Gefunden! Gefundig, ja. Oh, Ninio. Warum sollte ich? Das wird haarscharf eigentlich Äh, toll Wo fang ich jetzt an? Aber deswegen mit vollem Leben, das ist schon ein wenig besser Diesmal solltest du immer bleiben Komm zu mir, Nillen Finde mich, wenn du kannst Nillen, Nillen Du lernst doch nie Ich bin deine Göttin Schöne Göttin So sinnlos wie sonst was So sinnlos wie sonst Stimmt wohl Für dich schon gleich dreimal nicht Du bist mein MEIN Naja Träum weiter Oh Oh Scheiße, ich will das sowas Dein Widerstand begeistert mich, Schatz Ehrlich Dich auch Gefunden Ich bin deine Göttin Ich bin deine Göttin Ich muss jetzt noch ein Heilungs-X-Roll machen Sonst verreck ich hier noch Scheiße, das funktioniert das nicht Scheiße, das funktioniert das nicht Ich bin deine Göttin Bitte zu mir So Kacke Das ist die falsche Genommen Dein Widerstand Ich bin deine Göttin Nein, natürlich nicht Ich bin dein Zwei solche Ex-Extreme Du bist MEIN Ja, träum weiter Die Augen, Frau Madan! Wo ist sie denn? Du hast gelernt, wenn du das warst! Du aber auch nicht! Ah, ok. Diesmal solltest du für immer bleiben! Gefunden! Hier kriegst du ein Geschenk von mir! Wolltest du es nicht haben? Tut mir jetzt aber nicht leid! So macht der Bosskampf wenigstens ein bisschen Spaß! Ja ja! So macht es! Kacke! Ah, ok. Jetzt kann ich sie besser finden! Du bist dein Weg und begeistert mich, Schatz! Und mich auch! Du, du zwingst mich nicht! Wie kannst du es wagen? Eine Frechheit! Wie ich es wagen kann? Und wie kannst es du wagen? Mich zu nerven! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Tja! Ach, geh! Für immer ist ein wenig viel! Wunderprächtig! 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 Das war ja der A-Knopf! Uäh! Ich will es spannend machen, ganz klar! Rieche! Später! So, wo ist er denn? Da ist er. So, jetzt machen wir es mal richtig. X-Knopf Y-Knopf B-Knopf Was macht das jetzt da? Hä? Was habe ich da jetzt drücken müssen? Was habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden? Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ja, ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich da drücken hätte müssen. Okay, hat er mir da was angezeigt? Habe ich gar nicht gesehen. Ich bin jetzt mal ehrlich. Wollen wir es heute nochmal? Okay, was ist jetzt los? Was habe ich jetzt gedrückt? Ah! Wiedersehen! schule ist aus liebe madame knallhart jetzt kann ich geräte aus der ferne bewegen mache ich was ist jetzt los wo habe ich jetzt nur noch 1 fps hallo ja jetzt habe ich 2 fps jetzt geht es wieder hoch hä was war das jetzt ja jetzt habe ich wieder voll halten sie den surfer eingeloggt und bewegen sie ja 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 das ist schon jetzt logisch huch ja jetzt geht es schon weiter ok einloggen bitte ein riesenulspistige ok ok oder klar so kann es natürlich nicht funktionieren sonst oh oh befreien sie dort auch der häftlinge befreit jetzt kommt ein video gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklingt synchronisiere backup mit ursprungsspeichermedien die du hast es geschafft du hast die erroristenrevolution neu gestartet alle unsere kameraden haben ihr gedächtnis wieder wirst du zelle um zelle geschämter gehirn alle bekommen ihr gestorbenes gedächtnis zurück die neugeburt Noch hungerlos sind ihre Köpfe voll Zorn Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat Und totgeglaubte Überzeugungen Gestärkt in der Gefangenschaft Entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden Nichts hält unsere Kameraden auf Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts Keine Sorge, wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups Deine Zeit wird kommen Edge, Edge, die Wiederherstellung war nur partiell Es gibt immer noch Löcher, ich fühle es, weiße Flecken, das war nicht alles Komisch Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders ihn übertragen Oh Gott, mein Verbrechen, ich erinnere mich, ich habe ihn getötet Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze Ich weiß, ich weiß, warte eine Minute Anruf Alexia, Verbindung unmöglich, bitte Nachricht hinterlassen Alexia, verdammt, ruf an, ganz Paris schaut sich meine Ernennung an Du kannst mich nicht hängen lassen, ich brauche dich dort Nachricht aufgezeichnet Egoistische Kuh H spaßend GEKUN Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Egoistische Kuh! Ich gab dir alles, Frank, ohne Mohren, meine besten Jahre! Blödsinn! Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt! Weil ich auf nem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank! Ich hab keine Lust mehr! Alex! Wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Egoistische Kuh! Fick dich! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gab dir alles! Ich gab dir alles, Frank! Ohne Mohren, meine besten Jahren! Ohne Mohren, meine besten Jahren! Jahre! Blödsinn! Du ruinierst meine Karriere, bevor sie an... ...fängt! Weil ich auf nem Foto nicht neben dir stehe? Du spinnst! Ich hab keine Lust mehr! Alex, wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Alex! Alex! Du schweb! Du schweb! Du schweb! Ich bin's, Frank! Ich hab keine Lust mehr! Alex! Wage es nicht zu gehen! Ich bin's, Frank! Ja, ich bin's! Ich bin's, Frank! Ich bin's, Frank! Ich bin's! Hochschule! Ich bin's! Ich bin's! So, jetzt haben wir das umgestoßen. Ne, die Waffe muss ich, darf ich jetzt, halt, den Koffer finde ich irgendwie lustig. Das finde ich irgendwie total stylisch. So, dann entfernen wir hier die Waffensicherheit. Mal schauen, was jetzt passiert dann. Weil ich auf nem Foto nicht neben dir stehe? Du schwinnst mir. So, und dann noch verschieben wir mal den Tisch. Das klingt irgendwie logisch. Warum auch immer. Oh. Tot. So, und jetzt? Habe ich sie getötet? Die späteren Erinnerungen daran ausgelöscht. Und ich nenne es. Sir, wir kommen um sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine. Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall. Den gefallen tue ich euch nicht. Genau. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Ha. Und da bringe ich sie jetzt einfach selber auf. Dieses Remasteren finde ich cool von ihr Erinnerungen. Okay, wir haben gewonnen, Frank. Frank! Hm. Ist ja cool. Das Herz seiner Mutter ist ein Abgrund an dessen Boden sich stets Vergebung finden lässt. Interessant. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin Fang. Sila Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich. Ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nilin schien es zu wissen. Doch diese Nilin... Sie hat keine Ahnung. Die M-Spees-Technologie mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Lieberarmee aufbauen. So liebe Leute, wird die heutige Folge auch wieder um. Und jetzt ist Zeit zum spekulieren. Mann, ich spekuliere ganz groß, dass der, wo es die Befehle gibt, uns die restlichen Erinnerungen einfach vorbehält. Das ist hier geklaut. Und somit auch uns zum willenlosen Sklaven gemacht. Das ist jetzt meine Theorie dazu. Eure Theorie. Wie schaut die so aus? Okay. Bin ich echt mal gespannt? Schreibt es in die Kommentare. Checkt mal die Videobeschreibung aus. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sefirot. und bis zum nächsten Mal. Gut.